Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Incognita, mit mir eurem Master auf. Und was mir gerade aufgefallen ist, da steht Demo Complete, also Demo Complete, was immer das auch bedeuten soll. Ist mir relativ egal. Da steht auch Next Floor und genau dahin marschieren wir jetzt. Zum Floor Nummer 5. Und schauen wir mal, wie das hier jetzt wird. Da haben wir gleich eine Karte. Okay, da laufe ich hin. Und die schnappen wir uns. Okay, da können wir uns wieder umgucken. So, Bewegungssensoren haben wir hier auch. Okay, hier haben wir gleich was zum hacken. Machen wir mal. Okay. Aber das kriegt ja nichts gerade am Anfang. Wow. Schade. Das hört ja normalerweise also... Mein Dingsdegri ist. Konnte ich aber jetzt nicht. Darum... Naja. Next hören, bitte. Alarm ist bei 2. Yep. Okay. Oh oh. Okay. Okay, hier laufen wieder sehr viele Wachen rum. Ich glaube... ...sollte mit dem... ...lieber weg. Haha. Bevor hier noch mehr Leute kommen. Was machen wir hier? Was machen wir hier? Nichts großartiges, oder? Laufen wir hier lang. Okay. Und mit dem laufen wir... ...hier lang. Und ja. Gehen in Schutzstellung. Wir können ja trotzdem mal hier ein... ...weil noch Spaß. Und bänden. Gut, die haben meinen nicht gesehen, soweit ich das mitbekommen habe. Meinen hat die auch nicht gesehen. Sehr schön, oder? Gehen wir hier weiter? Haha, da ist gar nichts. Das ist wirklich nichts. WTF. Außer, dass da natürlich ein Alarm war. Damit haben wir uns ja... ...sehr geholfen, ehrlich gesagt. Hm. Sehr geholfen. Au. Das war nicht so gut. Okay. Wir machen wohl weiter. Und ich verliere, glaube ich, diesmal. Das schätze ich sogar sehr. Dass ich... ...dass... ...oh. Niemand ist von denen irgendwo hingekommen. Okay. Okay. Wir laufen mit dem also. Hier lang. Nö, das brauchen wir nicht. Okay. Ähm. Okay. Da ist also... Da sind ein paar von denen. Locken wir aus. Das hat mir nicht, das hat er jetzt nicht mitbekommen. Okay. Das freut mich natürlich. Dass er das nicht mitbekommen hat. Haha. Ja. Why not? Okay. Dann nächster Zug, bitte. Aber der ist leider nicht für lang ausgenockt. Aber, ja. Soll ich denn machen? Ich kann hier nicht dauernd aus... ...hin und her. Wenn ich da jetzt hingehe. Okay. Kann immer noch nicht schießen von hier. Kann ich hier jetzt schießen? Ja. Und ohne gehört zu werden. Das war gut. So. Das heißt, ich kann mit ihm auch... ...hingehen. Zwar so. So, okay. Der nicht. Der bleibt ja erstmal. Okay. Haben wir irgendwie hinbekommen. Enemy seidet ihr. Noch einer, oder was? Ne, hier nur. Den locken wir natürlich aus. Mit meinem mächtigen... Ähm. Okay. Da klauen wir uns ein bisschen was zusammen. Safe Cracker. Was heißt das jetzt? Da steht nur... More Movers Asylent. The Aiden-Aspare reveals safes with inner-short-distance. Okay. Das ist auch nett. Gut. Wollte doch gar nicht. Hab Mist-Click gemacht. Oh, oh, oh. Okay. Wir können uns hier umgucken noch. Okay. Safe Cracker haben wir erhalten. Das bedeutet... Wir können zum nächsten Dings gehen. The One's pinned. Jo. Kann man die jetzt looten? Nee, man kann nur... Kann keine bewusstlosen Looten, wie es aussieht. Nur Tote. Okay. Was machen wir hier? Weiß nicht. Tu mal da einen rein. Obwohl das gar keinen Sinn hat. Naja. Oh, oh. Der ist schon wieder... Was machen wir jetzt? Schatz, wir laufen hierher. War ich ja nicht schon? Ja. Haha. Da oben vielleicht lang? Oh ja. Was mache ich jetzt? Haha. Oh, da muss ich hin. Dafür hatten wir auch die Dings. Okay. Das können wir knacken. Und alle Computer werden... Nee, alle Kameras werden gesichtet. Auf unserem Weg. Okay. Das ist eine gute Sache. Und... Nein. Ja, geht mal hier lang. Und schließe die Tür. Dann beten wir. Okay. Der läuft jetzt hier irgendwo lang. Perfekt. Jo. Haha. Egal. So langsam ist mir das egal. Natürlich nicht ganz egal, aber... Was soll ich denn machen? Nichts im Moment. Okay. Nehmen wir die mal zur Auswahl. Da ist nix. Sehr schön. So weit können wir mit dem also laufen. Schütze. Wo will Ben? Die laufen ja... Sind ja noch eine Weile beschäftigt da. Glaubt, das soll gibt wieder ein Lärm, oder? Ne, das hat er diesmal nicht. Okay. Oh, hier wird man gehört. Haha. Nein, geil. Unlock bitte. Und öffne die Tür. Da ist gar nichts außer... So ein Mainframe-Server. Der lässt... Was macht der? Computer hacken, oder was? Ja, die hatten ja schon mal schon alle, oder was? Ne, da war noch einer. Okay. Hier gibt's nix großartiges mehr zu machen, hab ich das Gefühl. Jo. So. Nein. Lauf hier rum. Das wäre jetzt egal. Hier ist scheinbar niemand. Okay. Die Wachen sind alle schon woanders, ja? Oh, dann Ben, wir wohl. Und einer Wachen wird möglicherweise hier hingehen. Ich weiß es nicht. Man down, ja. Okay. Ehrlich gesagt ist mir das egal. Ja, ich wurde wieder gehört. Yippie, jay, jay. Okay. Wo geht's denn zum Exit? Hier wohl lang. Und was machen wir jetzt hier? Ähm. Gute Frage. Hm. Können wir ihn abknallen, oder nicht? Oder auch nicht? War ich hier schon überall? Ne, hat mich auch gewundert. Okay, und... Falls er doch zu mir noch kommt. Keine Ahnung, wieso ich da nicht schießen konnte. Aber egal. Nächster Zug. Hier brauchen jetzt immer mehr und mehr Leute. Bitte. Okay. Oh, oh. Hä? Der hat ihn einfach getroffen. Und auch. Oh mein Gott. Das war fail. Das war mega fail. Und das wird ein ziemlich kurzer Part. Hm. Was soll ich sagen? Ja. Schon noch einen Tag und noch ein paar Stunden. Das bedeutet, am 23. oder am 24. Sagen wir in zwei Tagen. Am 24. also. Gibt es ein Update? Hm. Ich denke, das nächste Mal mache ich dann erst dort wieder das Spiel. Naja. Ich will kein New Game machen. Oh, es tut mir echt leid. Dieser kurze Part. Äh. Mensch. Zehn Minuten habe ich gemacht. Na egal. Machen wir. Mal noch eine Runde. Nein, 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 aber. Es tut mir echt leid. Wird eben sehr kurzer Part. Kann passieren. Ich bedanke mich trotzdem, dass ihr zugeguckt habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Viel Spaß. Und ciao.